Petition Chance Klibeck – jetzt unterschreiben! In nur sechs Monaten und trotz Corona sammelten wir über 3000 Unterschriften für die Initiative Basel baut Zukunft. Darin fordern wir bei Umnutzungen von Industriearealen, dauerhaft bezahlbaren Wohnungen, CO2-neutrale Areale und eine echte Mitwirkung. Regierungs- und Grossrat erklärten unsere Initiative für gültig, aber mit einer Einsprache verzögern die Arealbesitzer die Abstimmung. Unsere Petition fordert, keine Umzonen, bevor wir über die Initiative Basel baut Zukunft abstimmen. Unterschreibe jetzt unsere Petition, auch online mit diesem Link.